Du bist eine kleine Katze, mein Miau, du bist eine kleine Katze, Miau, Miau, die kleine Katze, Miau, Miau, die kleine Katze, die Miau, 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 die kleine Katze, die Miau, 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 und ein herzliches Willkommen zurück, euer GB Crazies mit dem Schaden, ihr verrückten Vögel, wir sind wieder in Karls Castle, oh ja, ich musste ein bisschen nachspielen, komischerweise hat sie es nicht so zwischengespeiert, wie ich sie erworbt hätte, aber okay, niemand kann gegen meine Kräfte entkommen, abkommen, muahaha, alles klar, große Nummer, komm runter, da ist ein Haufen von Reben und Ästen, die den Tunnel verbergen, oder so, kannst du sie entfernen, ähm, lassen uns mal nachsehen, oh yeah, nächste Story-Mission, verschlossene Bäume, okay, Gerdnis, uh, Gilden, Level-Ausstieg, läuft, hmm, Francis, zeig mal, was du kannst, hmm, 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 findest du irgendwas, sieht das für dich nach irgendwas anderem aus, als Äste, äh, nein, exakt, also bleib ruhig und lass mich, lass den Meister arbeiten, hmm, 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 ja, das dauert jetzt zwei Minuten, also guck mal kurz raus, so, was hat sich denn hier so viel getan, unsere Kätzchen schnurren, so weiter hin, ich würde gerne das hier anpassen, weil, äh, Hauptgeschichte, Wind, Ende, ne, ich will keine Geschichte, nix da, ninde, 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 ach, schade, hier muss ich also einen Haufen Zeugs einsammeln, äh, egal, großartiger Erfolg, habe ich doch erwartet, Francis, wie geht's denn weiter bei den verrückten Felsen, äh, Ästen, Na bitte, ich habe den Weg geöffnet, fantastisch, lass uns gehen und die Katzenältesten sehen, ich würde sagen, dass ich es im Pfotenumdrehen erledigt habe, hat sich ja gar nicht mal so übel an, mal gucken, was die Ältesten so sozusagen haben, Katzenältesten, wir brauchen mal nur Konen, Okay, wer hat unsere ehrenwürdiges Heiligum, äh, Heiligtum, betreten, bin so ein alter Datterkreis, Grüße Ältester, wir sind die Helden, die eure Hilfe brauchen, was für Hilfe sucht ihr, wir bitten euch, einen Blick auf dieses magische Wehe zu werfen, Francis, gib es ihm, natürlich, bitte sehr Ältester, Na, dann, Oh, das ist ein interessantes Juwel, in der Tat, Äh, ich muss schon wieder zwei Minuten warten, und ich habe nichts zu tun, Äh, Oh doch, das ist irgendwie die Hauptsauere Wissen, Alter Schwede, ich habe meinen Ton verloren, Oh Mann, großartiger Erfolg, Junge Helden, wir haben eure magische Juwel genauer untersucht, dieses Juwel, Alter, what the fuck, dieses Juwel hat die Macht, jede, 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 Kreatur, in einen Hund zu verwandeln, das ist ja wahrhaftig böse, Fürchtet euch nicht, junge Helden, diese Juwel ist nur ein Teil, eines Ganzen, ohne ein paar zusätzliche Gegenstände, kann der Zauber nicht angesprochen werden, Glück gehabt, aber, das bedeutet, dass der böse Negromops, nach diesen Gegenständen sucht, wir müssen ihn zuerst finden, äh, wir müssen sie zuerst finden, lass uns, in die Gilde neu formatieren, äh, lass uns, in die Gilde neu formatieren, warum auch immer, Ihr wagt es, meine Sachen zu stehlen? Was planst du, mit den Katzen Ältesten zu tun, böser Negromops? Die Katzen Ältesten, wenn mein Plan aufgeht, werden sie Hunde Älteste sein, Liiiihihi, alte Hunde stinken, weißt du, was noch mehr stinkt, Katzen in Flammen? Deine Magie schreckt uns nicht, wir sind drei gegen einen, auf geht's, okay, hier, muha, ihr werdet mich niemals besiegen, die Magie dessen bösen Negromops, ist zu stark, wir können nicht hier bleiben, aber was ist mit den Katzen Ältesten, wir haben immer noch das Juwel, wenn wir weglaufen, wird uns der böse Negromops vielleicht folgen, einverstanden, als, als, was, einverstanden, als Holzkohle, würde ich nicht so gut aussehen, hm, okay, lasst uns abhauen, oh mein Gott, so dank, höre ich mich wieder, hohoho, okay, die Flucht, oder das, Verfolgung im Wald, okay Conan, okay Katniss, okay, die Kämpfe gehen da durch, und einige schneller, kann das sein, ist natürlich auch interessant, unter Negromops zu verklappen, BAMS, BAMS, ja, ich glaube, damit gehen wirklich die Kämpfe ein bisschen schneller, ist gar nicht mal so schlecht, verkloppt diesen Negromops, verkloppt ihn, BAMS, okay, damit geht das wirklich um einige schneller, muss man sich merken, die Kämpfe sind also gar nicht so unwichtig dann, okay, mal gucken, wie die Story weitergeht, ja, großartiger Erfolg, erstmal Kisten reinsammeln, Gewälen, und ein bisschen Gold, schnauf, 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 wo seid ihr hin, blöde Katzen, grrr, buch, ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat, ja, ich auch nicht, ich nehme an, Hunde sind uns wirklich unterlegen, dennoch sind wir es, die weglaufen, stimmt, stimmt, lasst uns zur Gelde zurückkehren, wichtige Dinge müssen erledigt werden, ja, und jetzt, darf ich mal, darf ich mal, evolvieren oder sowas, oh, nur Conan, alles klar, wir sind zurück, lasst uns mit der Arbeit beginnen, was wollen wir machen, die ganzen magischen Zutaten, für den Hunde zauber finden, das werden wir, aber, wir werden Hilfe brauchen, zuerst müssen wir, alle Gelde vereinen, wie werden wir das machen, na, keine Ahnung, wir werden anfangen, indem wir einen Brief schreiben, und ihnen, von, den Plänen, des bösen Mikromops erzählen, Vereinigung der Gelde, Kabäms, Kratz, 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 ja, so viel hält das kleine Raubkätzchen nicht aus, aber die Kätz, aber ich sag's mal so, auch wenn ich hier nicht viel machen kann, es ist schon schön so, oh, es ist ein Gegner mit zwei Wellen, aber, ich kann hier eigentlich gar nicht verlieren, ich hab hier selber keine Lebensanzeige, ach ja, Conan, du musst noch stärker werden, er müssen Katzen besiegen, warum muss Katzen Katzen besiegen, ich verstehe das, das ist ein Sinn, aber okay, da, 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 kratz, 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 Kabäms, allerdings, wir können damit ja, schneller die Mission erledigen, ja, hm, dann, 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 bäms, uh, drei Minuten schneller, okay, man kann, sehr viel Zeit entsparen, wenn man die Kämpfe selber betritt, ist gut zu wissen, so, großartiger Erfolg, aber nur zur Zeitansparung betreten, naja, na bitte, wir halten ihr, na, na bitte, was haltet ihr von diesem Brief, sieht okay aus, ich denke, du hast viel von meiner Großartigkeit bei unserer Reise in diesen Wäldern weggelassen, du musst dir den Kopf gestoßen haben, während wir vor den bösen Negromops weggelaufen sind, und das war nicht großartiger, da war, da war nichts Großartiges dabei, nö, nö, wir lassen den Brief so wie er ist, und wir schicken ihn ab, lasst uns hoffen, dass die anderen Gilden uns ihre Antwort geben, nächste Story Mission, Bäm, das Gilden Level Aufstieg, wuhu, was ist denn das, oh, ein bisschen Zutaten, schön, oh, Glitzer, Glitzer, okay, wow, wow, aha, Special Attack, krasse Jan, okay, ich würde aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, mal gucken, wie weit wir da in der Story weiterkommen, also, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal, euer GB Crazy ist raus, sagt, du, du, nicht vergessen, abonnieren, liken, teilen, und, Ciao, 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 Untertitelung des ZDF, 2020